Sie konnten Ihre Wunschkarten nicht kaufen, alles ausverkauft, dann werden Sie Josef Stetter. Mit der Josef Stetter Karte haben Sie den Vorteil, dass Sie einen gewaltigen Vorverkaufsvorsprung haben. Das bedeutet, Sie können schon ab Juni 2019 für Vorstellungen bis Ende Jänner 2020 buchen und dann ab 5. November für Vorstellungen bis Ende Juni 2020. Zudem haben Sie den Vorteil, dass Sie so viele Karten, wie Sie möchten, in bestimmten Vorstellungen mit Ermäßigung kaufen können. Wir haben bis zu 50 Vorstellungen in den Kammerspielen und im Theater in der Josefstadt, in denen Sie ermäßigte Karten kaufen können. Diese sind immer gekennzeichnet mit JOK 10, 20 oder 50. Das bedeutet, Sie können Karten in diesen Vorstellungen buchen mit 10, 20 oder 50 Prozent. Die Josef Stetter Karte können Sie bei unseren Theaterkassen kaufen. Sie können aber auch einfach anrufen und telefonisch die Josef Stetter Karte kaufen oder Sie online buchen. Auch die Theaterkarten können Sie sowohl an der Kasse, am Telefon oder bequem online von zu Hause buchen. Außerdem bekommen Sie mit der Josef Stetter Karte einen Gratiseintritt zu den beliebten Josef-Stadtgesprächen, die in der Regel monatlich stattfinden und interessante Einblicke in die einzelnen Produktionen bieten. Ein weiterer Vorteil ist die Gratis-Zusendung des jeweiligen Monatsspielplans und des Spielzeithefs, sodass Sie einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen bekommen. Werden Sie noch heute Josef Stetter! Werden Sie noch heute Josef Stetter!